Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft ja heute spiele ich alleine ein Wunder, ja und zwar folgendes, ähm, ich Sprint ich? Nein, okay ähm, ich hatte von Mod drauf, Bettaus, Win, Sprinting oder irgendwie sowas keine Ahnung, auf jeden Fall, ähm, ich hab jetzt ein neues Texture Pack seht ihr ja schon und ähm, ich hab mir hier schon mal schickes gebaut ja, mit dem Thumenerheizungsmord hab ich mir was unendlich gescheitert weil ich keinen Bock hatte Holz zu sammeln ja, aber das geht ja, ne so, und zwar wollte ich folgendes tun ich hab mir hier ein kleines Häuschen gebaut da werde ich noch ein paar Wände dazwischen tun also ziehen, wie man das nennen möchte und dann ja, was machen wir dann? ich weiß es noch nicht aber ja, ähm tja, wir werden es sehen, ne aber jetzt fange ich erstmal an ein wenig ja, seht ihr ja schon, ne Sand zu sammeln ja, wird auf jeden Fall ganz spannend also glaubt nicht, dass heute noch was aufregend, das in der Folge kommt für die Leute, die meine Videos gucken ja, ne lalalalalala lalalalalala Mist ey der Sonnenuntergang sieht aber cool aus ich bin in der 1.4.7 glaub ich ja, ich bin in der 1.4.7 und ähm ich war schon in der 1.5.1 aber ja da funktioniert ähm ein Mod nicht deswegen spiel ich nicht auf 1.5.1 und ja was heißt, es funktioniert ein Mod nicht ähm den Mod gibt es halt noch nicht auf 1.5.1 deswegen spiel ich auf 1.4.7 aber ähm huch hab ich jetzt irgendwas gemacht oh jung der soll da bleiben lalalala so ähm ich hallo soll das ein Ladebildschirm sein äh 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 Grafikeinstellung ja ok so ähm ich trage jetzt nur noch hier den Sand ab dann beende ich die Folge auch damit weil ich es manchmal nicht so viel schaffe wir haben jetzt auch schon wieder 21.24 ist ziemlich spät aber ok so ich mach noch die Reihe und dann sag ich mal bis zum nächsten Mal Leute tschüss